Hallo und ein herzliches Willkommen hier vom Lookout in unserem heutigen Tagesziel von den Grampians in die Stadt. Da drüben war gerade die Anna in den steilen Klippen. Jetzt ist sie auf dem Weg zurück zu mir. Dann wird mir bestimmt gleich berichten, wie es für sie war. Da hinten sind wir hergekommen. Wie Sie sehen können hier ist der See, wo wir morgen unser Schwimmtraining absolvieren. Eine einwandfreie 10.000 m Bahn. Da das Infozentrum. Die Stadt. Die Berge. Hallo. Wie war es für Sie? Da stand die Anna gerade. Nur, dass Sie sich mal vorstellen können, da war gerade die Anna. Ist sie aber jetzt nicht mehr. So, tschüss.